Der Pilzberater Alfred Hussong aus Niedereichbach im Landkreis Landshut kennt natürlich das Problem der Strahlenbelastung von Schwammern. Aufpassen, rät er, sollte man bei den Arten die Strahlen des Cäsium-137 aufnehmen. Das sind diese drei beliebten Speisepilze. Ja, hier haben wir einen Semmelstoppelpilz, der als Speisepilz gerne gesammelt wird. Die zweite Art, die wir heute gesammelt haben, wären die Maronenröhrlinge, die an der Unterseite einen Schwamm haben. Dann hätten wir noch eine dritte Art heute gefunden, die Trompetenpfifferlinge. Die Belastung der Pilze ist aber von Region zu Region unterschiedlich. Der Grenzwert für Wildpilze liegt offiziell bei 600 Becquerel. Hier in dieser Ecke habe ich die schon mal messen lassen, vor acht Jahren. Da war die Belastung bei circa 300 Becquerel. Lander an der Isar, 30 Kilometer weiter von hier, hat ein Mykologe, ein Freund, die messen lassen. Auch seine Maronenröhrlinge, die lagen bei 1600. Also das ist fast das Dreifache von dem zulässigen Wert. Regen und Wind haben bestimmt, welche Regionen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl besonders viele strahlende Teilchen abbekommen haben. Hier rot in der Karte. Die grünen Pilze zeigen, wo das Münchner Umweltinstitut in den vergangenen fünf Jahren im Pilzproben Strahlung oberhalb des Grenzwerts gemessen hat. In der Schwammerlsaison von August bis Oktober testet das Umweltinstitut kostenlos Pilzproben auf Radioaktivität. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, welches Risiko er eingeht. Grundsätzlich gibt es ja keinen Schwellwert unterhalb dem Radioaktivität ungefährlich ist. Also jede zusätzliche künstliche Belastung erhöht auch das Krebsrisiko. Hier werden gerade Pilze aus der Gegend von Landshut im Gamma-Spektrometer untersucht. Ergebnis? 420 Becquerel pro Kilo. Noch unter dem Grenzwert, aber schon deutlich erhöhte Belastung. Pilzberater Alfred Hussong rät zum Maßhalten. Er isst auch strahlungsanfällige Maronenröhrlinge, aber nur ein- oder zweimal pro Jahr.